Chat, wir müssen gleich noch einen TikTok drehen, ja? Ich muss gleich noch einen TikTok drehen. Überlegt euch mal, was ich drehe, bitte. Oh, der ist gut, Chat, oder? Fühlt ihr den? Ich könnte auch mit dem TikTok aufnehmen. Mit dem TikTok aufnehmen? Eins? Ja? Nein? Folgendes. Ich bin TikToker geworden, okay? Ich bin kein YouTuber mehr, ich bin kein Streamer mehr, ich bin TikToker. Ab heute. Guckt mir in die Augen und sagt mir, was ihr seht. Ein Loser. Entfolgt. Deine Augen. Okay. Wenn ich jetzt TikTok aufnehme, ich glaube, das ist die Stelle, die am strongsten ist, oder? Ab jetzt! Das kann ich ja nicht machen, oder? Meint ihr, den kriege ich hin? Ich könnte es auch einfach lassen. Ich könnte es auch einfach lassen, Chat. Soll ich es einfach lassen? Wir könnten es auch einfach sein lassen. Meint ihr, der war gut? Meint ihr, der war gut? Smash or Pass? Ich weiß. Sollen wir Hilfe rufen? Ich weiß, also, also, Chat, bei dem weiß ich jetzt nicht, ob ich den hochladen kann. Bei dem weiß ich jetzt nicht, ob das zu viel ist. Das sieht aus, als hätte ich eine Krankheit, Digga. Das sieht aus, als hätte ich eine Krankheit, Digga. Ist mal for real, das sieht aus, als hätte ich irgendwie einen Schlaganfall oder sowas. Das kann ich nicht hochladen, Digga. Chat, das kann ich nicht machen, Digga. Also, for real nicht. Das kann ich nicht hochladen, Digga. Vor allem ist das Licht auch richtig scheiße. Junge, was ist das denn? Ja, ein TikTok. Kann man den hochladen? Boah, Digga, das ist... Alter. Also, Chat, mir ist ja eigentlich alles egal, aber das ist wirklich grenzwertig. Jetzt, for real. Nicht, dass da noch jemand irgendwie Notarzt ruft, Digga, weil er irgendwie denkt, mir geht es nicht gut oder so. Nicht, dass ich auf TikTok gesperrt werde, weil ich irgendwie unzurechnungsfähig bin oder so ein Scheiß. Effekte. Ich mache einen Effekt dazu. Was ist ein Auto-Velocity? Chat, was ist Auto-Velocity? Ich glaube, ich mache einen Effekt drüber. Ich mache einen Effekt drüber. Digga, Chat. Würdet ihr sagen, es reicht endlich? Würdet ihr sagen, ich soll aufhören mit dem ganzen Scheiß? Reicht's? Ja, oder? Ich würde auch sagen, es reicht. Also, ich brauche jetzt hier einen Banger-Effekt, Chat. Wie findet ihr den? Wie findet ihr den Effekt? Ah, hier seht ihr nicht richtig. Der ist es, Chat. Geht jetzt auf mein TikTok und sagt mir, ob ich das löschen soll oder nicht. Was schreibe ich dazu? Was schreibe ich dazu? Ich schreibe dazu, bei Musik kann ich... Also, Digga, mein TikTok ist gerade mies am abkacken. Bei Musik kann... Lass ich meinen Körper einfach machen. Ach, ich schreibe einfach gar nichts dazu. Oder soll ich dazu schreiben, Musik ist mein Leben? Musik ist mein Leben. Okay, ich lade es jetzt hoch. Ihr müsst euch jetzt... Guckt euch jetzt den neuen TikTok von mir an und sagt mir, ob ich das löschen soll oder ob ich es nicht löschen soll. TikTok ist am Start. Mit Effekt. Das kann ich nicht, das kann ich nicht lassen, Chat. Das lösche ich jetzt. Das lösche ich jetzt, Digga. Danke. Ich muss es den löschen, Chat. Das kann nicht sein. Das kann man nicht hochladen, ehrlich nicht. Nicht mal ich, Chat. Mit Sternchen und Herzen. Seht ihr das? Digga, wenn es mein Vater sieht, der verprügelt mich, Chat. Ihr habt keine Ahnung. Wenn es mein Vater sieht, der macht mich kalt. Der haut mir einen rein. Ich mein es ernst. Der geht viral. Vertrauen. Da ist drauf. Bestes Video seit langem auf TikTok. Oh Mann, Alter. Eins, wenn ich mit YouTube und Twitch aufhör und nur noch TikTok machen soll. Dann werde ich vielleicht auch auf diese TikTok-Events eingeladen. Ja, Chat, ich bin mir echt ein bisschen unsicher, Digga. Bei dem bin ich mir unsicher, sag ich euch ehrlich. Bei dem bin ich mir ein bisschen unsicher, Digga. Hör komplett mit Social Media auf. Das wäre eine Idee. Ja, wäre eine Idee, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017